Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donner 4, nee Warhammer 40k Donner 4. Die Bewohner fliehen in großer Zahl in die Städte, wo sie hoffen, dass die imperiale Armee sie beschützen kann. Bei unseren letzten Aktionen haben wir mehrere vorgeschobene Ork-Basen zerstört und viele ihrer Anführer ausgeschaltet, so dass wir mit keinen weiteren Ork-Angriffen in diesem Gebiet rechnen. Die Bloodravens sind in die Hauptstadt Magna Bonum zurückgekehrt, um ihre Verteidigung während der Kampfpause vorzubereiten. Okay, dann legen wir mal los. So, Lahn ist beendet. Mission schlafen. Überbelagung. Bruder Martiel, die zweite Truppe muss diese Gebäude gegenüber der Marktstraßen kommen. Los! Bruder Tantius, nehmt den neunten Trupp und verstärkt unsere Verteidigung an der südlichen Flanke. Diese Geschützstellungen dürfen nicht ausfallen. Richtig, Bruder Corrales. Führt Protokoll 18 aus. Wir werden diese Artillerie der Orks ausschalten. Mein Lord, ich habe mir die Freiheit genommen und der imperialen Armee befohlen, rund um die wichtigsten Einrichtungen wie dem Raumhafen und dem Kraftwerk Stellung zu beziehen. Eure Initiative ist bewundernswert, Oberst. Aber ihr müsst eure Männer hierher zurückziehen, damit wir unsere Verteidigung verstärken können. Aber wenn wir den Raumhafen ungeschützt... Wir können den Raumhafen nicht halten, Hauptmann. Wir müssen unsere Verteidigung auf einen Bereich konzentrieren, um den Sieg sicherzustellen. Unterschätzt nicht die Intelligenz der Orks. Sie sind weit gerissen, als es den Anschein hat. Nun geht. Jawohl, mein Lord. Dieser Plan gefällt mir nicht. Warum warten wir darauf, dass uns die Orks angreifen? Wir sollten angreifen. Sicherlich ist es besser als nichts zu tun. Du willst, dass wir uns auf offenes Gelände begeben und dort die Orks bekämpfen? Das wäre Irrsinn. Im Kodex Astartes steht, dass diese Situation eine defensive Taktik erfordert. Natürlich. Du hast recht. Vielleicht ist hier Geduld der bessere Ratgeber. Okay. Ja, ich kann die Dialoge, glaube ich, also irgendwie nicht vernünftig lassen. Brüder, die Orks haben die Stadt überrannt. Diese Tat darf nicht ungesünd bleiben. Wir werden kämpfen, bis der letzte Ork vernichtet wurde. Bolter-Geschütztürme stehen uns nun zur Verfügung. Platzieren Sie sie so, dass sie unsere Verteidigung möglichst effizient unterstützt. Landminen können nun im Aufmarschgebiet unseres Gegners platziert werden. Melde mich zum Dienst. Jawohl. Jawohl, eure Herrlichkeit. Bauprotokoll eingeleitet. Die Orks haben die Kontrollpunkte der Stadt in die Wasser. Wir müssen sie zurückerobern, um den Nachschub der Orks zu unterbrechen. Nein, no. So, die Dinge kann ich auch ausbauen, zu Geschütztürmen. Und das Ausbauen bringt mir dann auch sogar mehrere Zus. Ich freu mich nicht wirklich. Oh, naja. So, wir machen mal das Space Marine-Gruppe zu fügen. Jawohl. Der Feind trifft an. Melde mich zum Dienst. Wir stehen zur Verfügung. Okay, nein, können wir nicht. Wir sind hier. Ja, die kann ich nicht ausbauen. Space Marines einsatzbereit sind. Verwaltende Befehle. So. Verstanden. Melde mich zum Dienst. Das sind nur kleine Orks. Da haben sogar die imperialen Sklöderatnes. Da ist so. So. Balltäglich. So. Erstmal einhören. Krass. So. Hilde. Könnt ihr euch nicht verteidigen? So, auf jeden Fall, dass ein Trupp durchlaufen will. Ach du fack, ey. Oh, shit, shit, shit. Da muss ich jetzt auf den Rücken. Das ist ein Rücken. Oh, shit, shit, shit. Das ist ein Rücken. Immer aufmerksam. Dreife den Feind an. Jawohl. Jawohl. Der Glaube ist unser Schild. Ja, nee. Der Glaube ist unser Schild. Der Glaube ist unser Schild. Okay, nee. Die abstehend raus. Das ist die. Angriffsprotokoll 23 einleiten. Der hat den abgemacht. Stehe unter schwerem Beschuss. Der Glaube ist unser Schild. Ich erwarte Ihre Anweisungen. In angemessener Eile. Ich weiß, was brauchen wir dringend. Wie kann ich euch helfen? Ich bin hier, um euch zu dienen. Führt uns zum Feind. Zerstören. Eliminieren. Zernüchsen. Wir stehen zur Verfügung. Wie lautet der Befehl? Wie kann ich euch helfen? Okay, ich mache hier keine halben Sachen. Ich werde hier nicht helfen. Entspannend ausmüssig Gang. Für Stück genau das, was ich will. Verfügt über mein Wissen. Wir werden Schulter an Schulter kämpfen, meine Brüder. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Übernehme das Kommando. Führt uns zum Feind. So, das können wir da nochmal machen. Boah, die sind so laut. Ich kann nicht sie irgendwie leiser machen. Sound. Fisch. Fisch. Parfatic. Parfatic. Ja, jetzt sind sie leiser. Gut. Führt uns zum Feind. Führt uns zum Feind. Schwärmen aus. Ich erwarte ihre Anweisungen. Die Rüstkammer brauche ich jetzt auch. Denn mir ist auch gefallen, die Typen haben gar keine schweren Waffen. Ich erwarte ihre Anweisungen, die Bär Напferf gar nicht mann. Wir werden beschossen. Wo? Und hier? So, Schütze. Entsprech aus dem Funger. Nein, jetzt können sie auch von diesen Leute. André! André! Führt uns zum Feind. Ich bin bereit. Da stehe gut. Und jetzt bitte mal. Nee, komm, hör auf noch rumzuziehen. Boah, Alter. Verstanden. Führt uns zum Feind. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. In der Ruhe, eure Herrlichkeit. Nachmal ausbauen kann ich sie gerade nicht. Okay. Na ja, schwere Waffen. Na, da eben erstmal Piotics. Das gibt meinen Leuten mehr Leben. Daher sind die auch sehr wichtig. Ja, zum Kloster kann ich sie, glaube ich, auch ausbauen. Granaten mache ich nicht, weil ich immer vergesse, die einzusetzen. Daher spare ich mir die Ressourcen. Jawohl. 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 Wir werden es schaffen. Ich weiß es. Melde mich zum Dienst. So. Verkriege dich mal in den Löchern. Fight, Dinger. Geht vorsichtig und trag deine große Wahrheit. Achso, ich krieg nicht mehr. Ich brauch mehr Energiegeneratoren. Ihr holen eure Herrlichkeit. Also, eigentlich brauch ich nicht mehr Energiegeneratoren. Aber ich krieg so langsam mehr Energie. Das heißt, ich brauch mehr Energie. Insofern brauch ich doch mehr. Wenn ich schneller bauen kann. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Achja. Also gut, diese Verteidigungslinie werden sie nicht durchbrechen. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Ich weiß nicht, wie ich gerade Energie ausgebe. Aber, die ist nun mal wichtiger. Danke. Ich bring lauter der Befehl. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Wir sind hier. Wunder. Der Imperator schützt uns. Ich lass mir eine Grenate. Kann ich... Ja klar. Was soll die Liste vor das... Alter! Wie viele... Wie viele Scheißkerle kann man da reinsteppen? Ja, Masse Stadtklasse oder was soll das werden? Ja. Jawohl. Melde mich zum Dienst. Also gut. Die Prost finde ich interessant. Führt uns zum Feind. Vielleicht kann man ja nur... gerade mal... sieben Stück haben. Plus die ganze Sozialgeschichte. Wir sind hier. Jawohl. Ich werde drei davon und zwei davon reinpacken, wenn es passt. Der kann fünf Waffen witzig tragen. Okay. Also passt das. Komm, das Ding unterstützt noch mehr. Wir sind hier. Jawohl. Der Imperator schützt uns an. Ja, das scheint ganz lustig an. Aber... gegen die Bolta haben die echt keine Chance, die Orks. Jawohl. Eure Herrlichkeit. Eure Herrlichkeit. Wie wir uns. Eure Herrlichkeit. Wie wir uns. Eingeleitet. Führt uns zum Feind. Befehle! Allem! Eure Herrlichkeit. Yenaka-Dy. Gelobe Nummer D! Ja! Ja! Eure Herrlichkeit. ...ja! Eure Herrlichkeit! Ja! Eure Herrlichkeit. Was ist denn... Ja! Ja, euer Herrlichkeit! Erwarte Befehle! Immer wohl euer Herrlichkeit! Mauten Sie in 2.1 einleitet! Ja, kuldig dem Imperator! Ja, kuldig dem Imperator! Ich erwarte Ihre Anweisungen! Mauten Sie in 2.1 einleitet! Mauten Sie in 2.1 einleitet! So, vielleicht hier noch? Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Genau, dann stehen hier auch 8 drumherum. Nur etwas anders angeboten ist. Ein bisschen gedreht. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben! Melde mich zum Dienst! Wie ihr befehlt! Befolge Befehl! Boah, ey! Da sind 15 Mann drin! Das ist echt heftig! Aber die sind noch nicht so groß wie die Space Marines! Wir müssen uns kennenlernen! Ah, ich brauch Raketenwerfer! Ja! Wir sind die Auserwählten des Imperators! Ja, ich brauch dringend Raketenwerfer! Die Granatwerfer in den... Ja! Erwarte Befehle! Wir sind hier! Wir werden es schaffen! Ich weiß es! Melde mich zum Dienst! Quill aus der Befehle! Zerstören! Eliminieren! Warte, könnt ihr euch noch dazustellen! Ja, so ein bisschen dahinter! Okay! Stopp, jetzt Army Shield! Ich glaube nicht, dass ich es noch weiter vorfolgen kann, ohne dass ich sie auch gewusst habe! Ja, oder... Moral wehren die leider nicht! Ich verstehe die Orks gerade nicht! Da laufen Zivilisten an ihnen vorbei und sie kreffen sich das! Oh ja, das geht ganz schön auf die Moral! Dafür brauch ich das nicht los! Warte, der Befehle! Schwere man aus! Jawohl! 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 Gut! Also hier kommt die noch nicht, ey! Der Glaube ist unser Schild! Ja, die kann ich auch zu Raketentürmen ausbauen, wenn sie diesen Kloster haben. Dann baue ich viel zu Raketentürmen aus! Die sind gut gegen Fahrzeuge! Auf keinen Fall! Na, egal, das macht echt keine Ahnung! Doch ein... Da brauch ich auch'n Kloster für Achtung, die Bütter! Da brauch' ich auch'n Kloster, Achtung! Meine Güte! Meine Güte! Da hab' ich gleich große Ausgang! Wieso ist das gesunken? Oh! Das seh' ich denn da oben! Wir stehen zur verfügung. Unschuld gibt es nicht. Es gibt nur unterschiedliche Facetten der Schuld. Na, wenn du das so möchtest. Der Feind greift an! Zug! So. Ich werde nicht versagen. Wir sind die Imperiale Armee. Es wird Zeit auch so zu handeln. Wie lautet der Befehl? Wir sind hier. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Verstanden. Rätenwerfer und Fall. Ja, dazu gibt es alle einen Anlass. W-C eingenommen. Zerstören, eliminieren, vernichten. Wir stehen zur Verfügung. Jawohl, eure Herrlichkeit. Bau Protokoll eingeleitet. Ja. In angemessener Eile. Jawohl, eure Herrlichkeit. Einen Kampfer. Aber warum nicht? War alles erforscht. Nein. Die wollen nichts machen. Das ist auch so erforscht, dass es keiner. Die brauche ich nichts machen. Es ist auch so erforscht, dass es keiner. Gebt acht, Brüder! Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017